Ihr gehört zur Allianz der Rebellen. Ihr seid eine Verräterin. Das Schiff darf nicht vernichtet werden. Ich möchte unseren wichtigsten Fang für den Imperator unversehrt wissen. Wir werden die Anlage testen. Galvezian, bringen Sie die Prinzessin und den Wookiee zu meinem Schiff. Luke, du hast doch nicht begriffen, wie wichtig du bist. Du hast gerade erst begonnen, deine Kräfte zu entdecken. Verbünde dich mit mir und ich werde deine Ausbildung beenden. Mit vereinten Kräften können wir diesen tödlichen Konflikt beenden und der Galaxies Frieden und Ordnung wiedergeben. Leider beurteilt der Imperator die Situation nicht ganz so optimistisch. Dieser Name ist inzwischen bedeutungslos für mich. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie nicht eher ruhen, bis Sie dem Imperator zusichern können, dass Galen Erso diese Waffe nicht sabotiert hat. In keinster Weise.